Ja, eine Drohne die mir hinterher fliegt. Geil! Ich habe Blasphemios auf dem Schirm, aber... ...not sure. Hey, listen, ich kiefe mit Hamlet. Jetzt am Zwischen ist es noch nicht. Ja. Dann machen wir es halt so. What? Was passiert, wenn ich hier drauf stehe? Wie Zelda ist das Game? Ha! Das Game ist voll Zelda. Interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Okay, das sind beide. Du solltest sie aktivieren. Ich bin jetzt mit ihnen. Ich bin jetzt mit ihnen. Ich bin jetzt mit ihnen runter. Ja, ist okay. Ich könnte quasi hier hin. Ich könnte hier dann vorbeilatschen, um hier wieder runter zu gehen. Ich könnte hier so ein bisschen küssten. Ich könnte hier so ein bisschen küssten. Ich könnte hier so ein bisschen küssten. Ich könnte hier die Wand nehmen. Ich glaube nicht, du wirst nicht wissen, was das alles geht, oder? Wo ging das Ding? Hat er nur eine Wälder geworden? Schau mal, etwas kommt! Wow, in the heart! Ich denke, du wirst nicht mehr so viele Leute, aber ich hab keine Wälder geworden. So ist es, wenn ich mich nicht so gut betwipe, dass ich sie nicht mehr so viel verletzen bin, wenn ich die Wälder geworden bin, wunsch ich nicht mehr so viel. Ich glaube, ich denke, du wirst nicht mehr so viel zu tun. Nein, ich denke, du wirst nicht mehr so viel zu tun. Ich denke, du wirst nicht mehr so viel zu tun. Ich denke, ich bin nur noch zu dir. Ich denke, du wirst nicht mehr so gut, dass es ein Spiel. Na, come on. Dankeschön. Ich wollte eigentlich gerade Rückenroten machen, aber hey Oh mein Gott Ich bin noch nicht ganz eins mit dem Kampf zu scannen Alter, das tut so weh Okay What the fuck What? Fuck my life, dude Oh, natürlich stun den wir mit jedem zweiten Schlag Ich bin noch nicht ganz eins mit dem Kampf zu scannen Okay, ich bin noch nicht eins mit dem Kampf zu scannen Okay, ich bin noch nicht eins mit dem Kampf zu scannen You have to be fucking kidding me, dude Ich bin noch nicht mit dem Kampf zu schatten Okay, ich bin noch nicht eins mit dem Kampf zu scannen Was ist das? Ich habe gerade echt zu tun, bitch. Halt die Klappe. Läuft jetzt echt weg. Oh, echt. Oh, wirklich? Oh, come on. Okay, das ist der Neuen. Ja, hallo. Hallo. Ich bin drei Sekunden auf der Plattform. Ich bin drei Sekunden auf der Plattform. Klar, war das kein getimeter Dodge. Klar, das auch nicht. Mhm. Das Dodge-Timing ist so annoying. Mhm. Ja. Ja, klar. Das war ein Deutsch und ich kriege trotzdem Schaden. Ja, geil. Okay, das ist ein Motherfucker. I'm fucking sick of your fucking shit. Ich würde gerne ein Window zum Angreifen haben. Nur eins. Bekomme ich das? Nein. Oh ja. Plötzlich war das ein Dings, ey. Mhm. Holy fuck, ey. Weißt du, das Kong-Bad-System würde so viel mehr Spaß machen, wenn der Dodge nicht das Schlimmste auf Erden wäre. Ohne Scheiße, ey. Iris, Startup. Das ist so schlimm. Und man weiß, es ist schon ein fucking Flip, ja. Und trotzdem wuchst du von allem getroffen, weil das Timing so fucking awkward ist. Okay, gut. Sie ist nur unkönschen. Let's get her back to the Ark. Und dann, ich glaube, du gehst lieber zu helfen, deine Freunde, hm? Ähm, den Quatsch, den ich einsammeln, ist basically Corruption. Die quasi einfach rumliegt und alles corrupted. Und ich bin ja die Putzfrau. Wo ist die Olle hin? Achso, klar. Mhm. Mhm, 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 ist klar. Ich habe 55% gereinigt. Was weiß ich? 50% ist auch ein super awesome Wert, nie? What the fuck? I'll get her to a safe zone. I'm just getting your way around here. Focus. Thanks for the safe back here. I'll make it up to you soon. I promise. I promise. I'll get her to a safe zone. Okay. I'll get her to a safe zone. Nice. I'll get her to a safe zone. Next. Fuckin' luck! das ist einer what the fuck die geiles pin to win attacke wie mich stunlockt in der ecke ich bin mir ziemlich sicher dass das ein perfect god war gegen was ist mit dem mord und tot schock hier ist okay mit euch danke für die jetzt kann ich da hoch die 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 random S portal oh mein gott ok let's go motherfuckers Das ist ein True Heal, interessant. Okay, now we are talking. Okay, kann ich mit Combo das Ding ändern? Das geht nicht. Hier spielt sich wie ein Quicktime Event. Oh, du schon wieder? Jetzt haben wir die Kleinen. Okay. 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 Wow. Okay. Das war's für heute. du kannst schon kommen und es fühlt sich einfach nur anders an also es fühlt sich extrem anders jetzt lass mir noch unter die karten gehen ich stehe wieder auf hallo hallo danke da ist noch ein portal da komme ich nicht hin weil das an weg ist ja ja zum automat wieder nichts was irgendwie ich habe nicht genug gold hier aber bitte gibt mir alle alter uns das war super das ist noch ein bisschen sehr nett ich glaube sogar ich weiß jetzt wo ich da kommen kann wo ich eben nicht schaubsaugen konnte hier es ist verschwunden hier war eben ganz viel shit was jetzt verschwunden ist das ist ja mal eine lücken situation das game mag du es nicht, es geht what the fuck, achso ihr seid die dinger es ist fucking cool die e-fighting na, niemand hat gesagt ihr dürft euch buffen ne 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 ja okay next oh hi 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 natürlich wuchs jetzt gebufft, da träumt ihr ja von ey ich bin nicht mal angekommen jetzt noch ein buff wirklich oh mein gott, warum verlässt der nach einem schlechten modus nicht nimm das buffy bitte you fucking killing me you fucking killing me er bufft den wieder ich dreh durch man ey, das ist so dumm 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 oh das ist so dumm dankeschön so und jetzt will ich jetzt will ich mit einfach nur das fies werden dankeschön hat ja nur drei minuten gedauert wo war mein deutsch ach ja ich bin im deutsch getroffen worden wie immer ich glaube das war zu früh dass das durchgehen also das war gerade wieder das also das ding ist wenn die halt den schild nicht hätten ja so von wegen hey du musst das machen weiß was das lustigste ist wisst ihr wie ihr das hier macht motion controls sorry das ist drin plus wie kommst du aus dem modus raus es steht nirgendwo du musst die taste nochmal drücken es ist nicht so als ob es ein halten ist ich meine du kannst es auch ohne motion controls kann sich auch so bewegen aber motion controls gehen halt auch